hey was geht ab herzlich willkommen zurück zu let's play for my second son august 10 ist hin so der ist geschichte der typ so der zweite auch der ist down nächste da und jetzt hoffentlich ist das ist jetzt die ruhe es kommt noch mehr alle lecken wie doch wie viel hat die denn ich glaube den 1 hatte ich habe drei raketen kriegt der oder so ist jetzt gut oder kommt noch mehr was kommt jetzt so und nein ich bitte nicht noch mal die alte ich glaube jetzt kommt es ist gerade aber richtig jetzt wird aber richtig geschützt aber sie mir gerade mit ziemlich auf nüsse geht ich hoffe nicht dass ich jetzt alles noch mal neu machen muss sondern wirklich nur den letzten abteilen und der jetzt ja das ist gut und 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 Oh! Und da kommt noch einer schön aus dem Hinterhalt und holt mich noch. Ah, Mann, gib mir das auf! Ich kann nichts machen gegen die, ne? Das Problem, ich kann nichts machen gegen die, weil ich keine Kraft, keine Raketen mehr habe. Das gleiche Spiegel, so, wir haben ihn noch dreimal, oh Gott! 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 Okay. Okay. Komm noch mal her. Kannst du jetzt mal verrecken langsam. Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf. Geh mir nicht auf. Immer noch nicht. Geh mir nicht auf. 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 Ja, ist klar. Ja, machen wir weiter so. Genau. Mann. Lass mich in Ruhe. Und jetzt ist endlich mal Feierabend oder kommt da noch mehr? Ich hoffe, das war es jetzt endgültig. Ich habe es geschafft. Aufgrund eines heftigen Kampfes zwischen dem DUP und einer kleinen Gruppe Bioterroristen. Man sieht, wie die Reste der gewaltigen Anlage, die das DUP erbaut hat, im eisigen Wasser des Puget Sound versinkt. Augenzeugen zufolge wurde die einzige Überlebende, DUP-Chefin Brooke Augustine, zuletzt gesehen, als sie zu dem riesigen Beton tun wollte, der ihr seit Ankunft des DUP vor fast zwei Wochen als Hauptquartier dient. Doch bisher haben wir noch keinen Kontakt zu Miss Augustine aufnehmen können. Inzwischen gibt es Berichte, dass in mehreren Teilen der Stadt die Bürger für das DUP demonstrieren und verlangen, dass der Bioterroristenaufstand in Seattle mit allen nötigen Mitteln niedergeschlagen wird. Das war Kurt Wyatt von USTV mit einem Live-Bericht aus Seattle. Gott sei Dank, die Mission ist durch. Endlich. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben auch gesündigt. Na, Gott sei Dank. Oh, Reggie, es tut mir leid. Du hast es gewusst. Du hast mich vor Hank gewarnt, aber ich habe nicht gehört. Aber ich schwöre dir, der Dreckskämpfer darf ja raus. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, der hat den Karten verliebt. Oh Gott. Wo ist der? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, jetzt wird es für die Jungs auch zerstört. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir hatten nämlich in dieser Folge schon genug. Bis dahin, tschüss. Bis dahin. Biguste. .